...gegen Tess Robertson. Raus auf Visocki, der hat zu viel Platz auf dem Leer. Oh, aber Aziz Entschrei! Da hat er mal kurz die langen Arme ausgefahren. Und jetzt dasselbe vorne bitte auch gegen den Mann. Starke Phase jetzt von Aziz. Und jetzt auch München gleich mit Druck über das ganze Feld. Konsti Klein auf, Danilo Bartel! Die nächste Möglichkeit für Energielastung im Spiel. Präsentiert von der Mainova. Es ist ein spektakuläres Spiel bis hierhin. Und Danilo Bartel nach Anspiel von Konsti Klein. 8 zu 2. Und wir haben gerade mal zweieinhalb Minuten gespielt. Der nächste Ballverlust bei München.